So, herzlich willkommen zu mittlerweile Folge 23 Wir starten mit den Flugzeugen, würde ich mal sagen, mit dem amerikanischen Ausdrucksweise Weil wir sie auch mal hoch bringen müssen So, ein Landungsmanöver Machen wir einen Bomber, würde ich sagen Zumal zu, dass ein LB ist Aber die nutzen mir hier nicht viel Da habe ich lieber die kleinen, für die Panzer Und wir gehen weiter runter Neben dem, ja Mal schauen, ob der so ein Stück ist Oh, nicht ganz schnell, wie wäre das so cool Das war nicht viel, aber noch ein So So Aber zumal werde ich auch nicht nach oben gehen, sondern immer nach unten So Dann Dann Die mittels Schirmpanzer bin ich Da werde ich einiges weg von dem ganz gut So Dann fahren wir noch 2km nach unten Dann fahren wir noch knappe 4km Dann fahren wir noch mal So Dann fahren wir noch mal Und dann fahren wir noch mal Ich hab glaube ich nicht mal eingekirrt Das ist ein Kotzen Ich hab ja den Dunst beschädigt Da will jemand anbinden Ich hab dich nicht gesehen Ach Wer wüsste es Oh es ist zum Kotzen Oh macht dir fast keinen Spaß Das kannst du nicht angehen Bin ich denn so schlecht geworden Wenn ich ein paar Tage nicht gespielt habe So dann geh ich doch mal auf C So wie es sich so geht Ich weiß nicht Das ist so Ich führe Eindringer für hohe Unterschützung! Wenn ich es nicht schaffe, bin ich immer noch da runter. Aber er schafft es! So. Ich mache Kupi 63. Ja, was soll denn das? Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich habe ihn nicht mal gesehen, wie er war. Ich habe ihn nicht mal gesehen, wie er war. Ich mache Kupi 63. So. Der ist unsere... ...nach in den Weg geht Wieso hat sie nicht so anscheinend schon wegen dem Moment? Aber das muss man... Und schon wieder Es ist egal was ich mach Ich krieg nix hin Gerade Ich bin grad richtig richtig schlecht Und das kommt's nicht an Das ist nicht so übelsam Gerade mit zwei Abschlüsse... Wuhu Die holen sich grad mal 10 hier gemütlich Die holen sich Wir haben den Zugplatz beigenommen Jetzt müssen wir ihn auf! Die holen sich jetzt hier einfach nicht Ich bin so hübsch Das ist erstmalig zu tun Die holen sich an der Hälfte sich zumindest ein Und dann... Wurde ich mal ein paar hübscheln Dann... Obwohl ich jetzt mit ein paar hübschen kann Wuhuuu... Bitte. Äh, jetzt haben sie mich Wir haben ja irgendetwas zurückgeschossen, wenn ich in die Hälfte habe, wenn ich mal so ein Flugzeug habe Aber wir waren zu viert zu mir Eieieiei So, noch eine Panzerschlacht Ach, haben wir das wieder für die Session Ich habe echt das Gefühl, dass im Vergleich zu den vorherigen Sessions schlechte geworden sind Das kannst du nicht angehen Bin ich mal gespannt, wie das jetzt abläuft Ach, die Map So, komm mal, gu, gu Das dauert doch so lang Ich muss einen Punkt haben, aber wie viele Punkte? 1 zu 3 oder 1 oder 1 zu 2? Komm mal, schau es Komm mal, schau es Ja, da sind wir eher für die Pistole und so Geh ich mal da hoch Wenn die Brücken da echt gut zu äh dann zu schießen kann Ja, da ist es relativ flottet so Ich schau aber wieder auf, ich schau wieder auf Ich schau wieder auf Ich schau wieder auf Ich schau wieder auf So So Ich schau wieder auf Ich schau wieder auf Ich schau wieder auf Ich schau wieder auf Ah, hier sind wir schon mal im Skript schon Das ist gar nicht gut Aber ich glaube, ich bleibe hier noch hoffentlich zu sein Das ist schon mal ein kritischer Treffer Ich habe mich blind Schaut immer noch Wird es das Malkin? Ich glaube leider nicht Ich habe mich blind Aber das war mein KILL Das war mein KILL Ich habe mich auch gut getroffen Nein Anschuss Drittischer Treffer, schon mal sehr gut Zweiter Boden, aber zu stört Hier krieg ich nicht rein Kommt hinter mir irgendwo einer? Treffer Abschliesshilfe Aber die zohlen sich gar nicht Ich weiß nicht, dass sie durchschliessend sind Das wusste ich gar nicht Ich weiß nicht, dass sie durchschliessend sind 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 oh nein ganz schön so, haben wir auch 3 kills da können wir mit dem Flugzeug paar kills machen wir bashen die nämlich grad ziemlich hart, hab ich das Gefühl so, wir kommen von unserer Seite an den Docken der Diener gesteckt ich bin immer gut nur eine schade echt schade, dass wir nur eingefillt haben bleibt dort einfach mal stehen und was durchgehen kann noch nicht so schwer sein kann noch nicht so schwer sein kinder nicht so schwer ach, wie ein Panzer stört komm, komm, bleib mal bereit das ist ein scheiß zu viel zu viel aus scheiß Panzer die die Und Handtreffer auf der KB-4 Ich bin letztlich ins Visier Ich hab mich aber alle im Visier Schau mal ob man mit der 8 noch starten kann Schönes Match auf jeden Fall Ich hab mir eine gute Position rausgesucht Jetzt gehen wir nach hinten und damit starten Vielleicht können wir auch noch einen Kill damit machen Aber ich glaub da wird die Zeit schon ziemlich klappt Ich hab Bomben und Raketen Schönes Game Dann verabschiede ich mich hiermit auch schon wieder Für heute Ciao, bis zum nächsten Mal Tschüss